so es befindet sich auf dem weg eine Burg zumindest irgendwie so ein Turm oder was auch immer Na toll Drache da habe ich jetzt keinen Bock drauf Eigentlich habe ich nie Bock drauf einen Drachen Aber jetzt erst recht weniger Oh Gott ist das Ding langsam Oh Gott sieht das Ding geil aus Ist das ein Totenschädel? Das ist ein Totenschädel Festung Kastav entdeckt Mama Mia Ist es los? Explodiert er noch oder nicht? I'm dead Dappledee 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 Tot Festung Kastav entdeckt Mein Freund hat mir gesagt, ich bin wieder einhitten Ich bin wieder einhitten, wohlgemerkt Nicht ich, einhitte Verdammt, er ist unterhalb meines Radios gegangen Tarnmodus aktivieren Soll ich hier hochkommen, Fußrotan Kämpft ihr Rot an? Fußrotan Schwere Meister direkt Shit Macht ihr das mal Komm schon, wir sehen uns wieder auf Hä, der ist umgekippt, wenn er ist, er fragt So viel macht ein Purzelbaum Ist echt cool Der war ein bisschen härter drauf Oh, bitte nicht den Drachen hier Was hat denn da alles dabei? Nix Das war aber nicht der Meister Das ist, äh, der Meister Ich war auch nicht dabei Festung Kastav Gehen wir rein Gehen wir rein Dein Gebein Es gehört dem Untoten Es gehört dem Untoten Deppenrohr Das ist ja die ultimative Robe für mich Denn daher, ne Wenn ich wirklich auf Magikar gehe Ich nehme sie mal mit Allein weil der halt Magikar Oh, mach's hat Awesome Stäbe sind ja wirklich geil Oh, sorry Sophia Genug, genug Genug, genug Wie heißt, wie sagt der Ghost Rider? Gnade Ist ausverkauft Oder seh ich nicht Wow Eine leere Truhe Boah Hab ich mir schon immer gewünscht Eine leere Truhe Au, guckt euch das mal an Die wurde ja total zerwüchst Mit diesen Dingern Ich hab'n Kloak Nekromanze bekommen Hab' ich den schon an? Das ist so'n Children Keep me out Me out Ist es nur ich Oder seht sie alle das gleiche? Wenn wir Kinder hatten Was denkst du, dass sie so aussehen würden? Oh nein Ich meine Haken Oh nein Den kriegst du einen Thetisch Nicht, dass ich Wollte So Halt dein mal Den Rand Bitte schön Wie ist es für eine Veränderung Du machst etwas Ich meine Für mich Ich habe es lieber Ein bisschen Chat Aber ich finde das cool Weil Ja gut Das passt vielleicht Nicht unbedingt Aber Naja Vielleicht finden wir Noch was besseres Die sollen alle Mäntel kriegen Mäntel sind Awesome Mäntel heißen Ich bin wer Ich gehe auch immer Morgens mit einem Mantel zur Arbeit Hier ist ja nichts Ich habe höchste Geheiminformation Dass hier was sein soll Aber hier ist nichts Ja dann Haben wir abgeschlossen Nee Ist da noch ein Noch ein Ort Den ich noch Aufschließen kann Oder so Da war noch eine Tür Super Das war es jetzt Oder wie Das war es jetzt Quartiere Irgendein Zaubertrank war da drin, ich hab nicht gesehen welcher Beistelltisch Geh, will jemand Käse? Hier, halt mal Gibt's nichts Was? Was ist denn das? Hä? Ich sprach über Horserreiten Jetzt ergibt das alles einen Sinn was sie gesagt hat Hast du jemals Hop Hop Reiter gespielt? Stahlt euch Hop Hop Reiter Wenn er fällt dann schreit er Fällt der in den Graben Fressen ihn die Drachen Fällt der in den Dreck Dann ist er weg Ne so ging das nicht Aber jetzt geht's so So Ich habe einen Stock und ich werde ihn benutzen Machen wir da einfach mal ein Bild von der Welt hier Auch wenn der Cursor jetzt ziemlich in der Mitte sitzt Es geht auch Es geht auch keine anständigen Hide UI Also ein UI kann ich auch nicht verstecken Es gibt so eine Mod, ja Aber pfff Ich installiere mir jetzt nicht irgendwelche Mods, ich will die alten haben Ich will Skyway haben Und ich will H U D I Hard weg I Hard haben Das waren so tolle Mods Geilste Mods, die gibt es nur wenn MCM drin ist Ich glaube der Drache ist da oben Na wir können mal hier Geht das da entlang oder wo Also wenn ich das richtig interpretiere ist diese Ruine hier hinten Die wird mir gerade angezeigt Ich glaube also nicht Das ich da hinkomme Na vielleicht auch Das ist Aldun Ey, du Wichser Was? Ich würde mal den kaputt machen Alduin Turi Krass Ey, Alduin, guck mal Alduin ist jetzt mein Feind Ich werde Alduin jetzt schon besiegen und dann ist das Spiel durch Der andere Dauer ist jetzt da hinten Alduin verpisst sich Alduin ist ein Feigling Alduin kann jetzt nicht mit meiner Macht aufnehmen Ich fürchte ich werde jetzt drauf gehen Ich nehme mal wieder den Stab der Heisklingen Solange der besser leer ist Streckt ihn nieder So 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 So